Na los, Bewegung! Ok, ich komme... Was? Nein! Ah! Sehr schnell, schnell zurück! Waaaaaah! Meine Emotion ist doch schon fast... ...völlig verbraucht... ...tötet den Brassler! Bruder! Bier ist weg! Oh, Spritzer! Gottverdammt! Nein! Er kommt aus dem Wasser! Ich brauche unter Gündung! Eine weniger! Nein! Es kommen immer mehr! Noch eine! Böh! Mach doch hin! Der ist schnell! Halt bitte eure Augen auf! Einer weniger! Witz. Witz. Wie sagt er? Ich muss nicht in dieser Ecken gedrängt werden Burn Motherfucker Sollts brennen Mitten durch die Frame-Einbrüche Achtung! Pass auf das Wasser auf! Der kommt dir her Hörte den Brassen Deswegen ging das auch ganz schnell Ah, Gas macht geweck Es ist eine Leading Hörte den Brassen! Hörte den Brassen! Super, jetzt habe ich nichts mehr außer Oh ne, man hat verdientes Geld Bei Steam habe ich noch das alte Profilbild Hoho Jetzt schieß doch mal Wkell Oder schaden die dir nicht Das war knapp. Da kommst du nicht durch! Pfeil kann getrieben, hier! Tötet den Brassen! Pfeil! Dieses Miststück! Ah, schon wieder daneben. Der ist zu schnell! Der ist zu schnell! Scheint! Ich nehme die Liege weiter! Einer weniger! Verwiesen alleine! Gott, verdammt! Verdammt! Da! Verlöten! Verlöten! Gut! Gut! Friess! 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 Ich muss denen ja irgendwie schaden. Oh Mann! Pfeil! Könnt getrieben! Hier! Schrapp einen! Friess! Achtung! Fass auf das Wasser rauf! Der kommt hierher! Waa! Nein! Ich hänge! Da kommst du nicht durch! Noch 36! Aber da habe ich auch kein Geld mehr! Ja! Raus! Nicht mehr über die linke Seite! Aaaaah! Verrühst! Er ist erledigt! Ach Mann! Ich greife die Shift-Taste immer so komisch! Zwar immer mit dem Daumen, mit denen ich auch die Leertaste nehme! Miranimo! Da brauche ich auch nicht so viel Filter... Ich kümmere mich jetzt gar nicht um den... Ich laufe nur! Einer weniger! Dritte! Zu deiner rechts! Achtung! Halt auf das Wasser rauf! Der kommt hierher! Dritte! Jetzt mit Deckung! Bruder! Oh! Nicht mehr über die linke Seite! Happy! Seh los! Seh los! Oh! 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 Einer weniger! Uh! Oh! Yeh! Oh! Zweichen kontentrieren! Die Eier! Happy! Noch eine! Allo! Macht mal ein schneller! Was ist das? Achtung, pass auf das Wasser rauf. Er kommt hierher. Ah. Mach jetzt mal hin, Anna. Ich dachte, du wirst nur eine gute Scharschützin. Boah, das scheint ihn getroffen zu haben. Er wird langsamer. Nein! Jetzt steht er genau vor mir. Noch drei Minuten zwanzig. Ah, da habe ich nichts mehr. Ich gehe dann nochmal mit denen hier. Mit dem wertvollen Patronen. Das war es aber auch. Mehr habe ich nicht. Ich bin pleite. Ich muss mich an den Lichter orientieren von den anderen. Oh, jetzt habe ich noch die Granaten. Oh, das hat auch gewummzt. Anna hat ihnen ein Visier. Ich habe keine Lust, jetzt wirklich alles zu verbrauchen. Oh, da kommen immer mehr. Lauf. 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 Dann lauf. Dann lauf. Bitte, dann läuft er nicht. Lauf. Wieso lebst er jetzt nicht? Ich will doch auch in keiner Mauer Ach mann ey Es lief so gut So Maske abnehmen Das ist jetzt der dritte Versuch Scheint so ne Art ein Gegner zu sein Los, los, nein Oh meiner Hey Manchmal rennt er nicht Hier Alles so grünlich Hier bin ich Hier bin ich Na los, Bewegung Oh, weg Oh, weg Na Auch schon wieder Na renn Da ist ein Läden Feuer kann der Triebe Es geht Hier Du hast mich Verrückte mich Verrückte mich Der stürmt hier wie ein Rambock ey Da gibt es bestimmt einen Trick Um den richtig zu schaden Einer weniger Wo geht? Rettet den Brotten Freihilmkant betrieben Hier Happy Noch einer Achtung! Achtung des Wasser rauf! Der kommt hierher Komm an Maske Er holt aus zum Schlag Und trifft mich Und den Einer weniger Verweiten Freihilmkant betrieben Hier Achtung! Pass auf das Wasser rauf! Der kommt hierher Pfff Pff 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 Er kommt aus dem Wasser Ich frage Unterschätzung Pff 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 Der ist alleine Einer weniger Pff Pff Achtung! Pass auf das Wasser rauf! Der kommt hierher Pff Pff Jetzt mach ihn her! Witzes Magazin Da waren nur ein paar Patronen Feuer, Feuer, Feuer Feier konzentrieren, hier Einer weniger Da kommst du nicht durch Scheiße Ja, sag mal laut Wer ist so nah? Schießt auf ihn Ok, ich glaube jetzt habe ich die richtige Runde gefunden Hörgang Da war so rum Fliege! Nicht über die Leakseite! Zurück, du mein Stück! Happy! Los, los! Ich hoffe, dass die anderen sich irgendwie nicht auf mich konzentrieren. Also, pass auf das Wasser rauf! Sie kommen hierher! Verdammte Mund! Rettet den Brotten! Loser! Nicht über die Leakseite! Wo denn? Da kommst du nicht durch! Da! Mann, 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 Mann! Einer weniger! Weil, kannst du trieben! Hier! Happy! Guck! Achtung! Pass auf das Wasser rauf! Der kommt hierher! Oh, meine! Da ist eine Leine! Loser! Loser! Putin! Putin! Brotten! Ah! Ich nehme die Leakseite! Einer weniger! Was ist man, wenn man Batterie auch verbraucht? Loser! Loser! Achtung! Pass auf das Wasser rauf! Der kommt hierher! Loser! Der kommt hierher! Ich hab' jetzt Aspen mal, das erste Mal, das zweite Mal gelebt! Ich hab jetzt nicht aufgepasst. So, jetzt bin ich pleite. Es ist aber sehr schwach. Brennen, motherfucker. Komm, spiel ein bisschen Darken mit Messer. Wow. Jetzt. Triple 20, Triple 20. Ah, getroffen. Ah, was denn daneben? Zweimal schwarz. Der kommt hierher. Oh, ey. Der liegt der Lenning. Verfluchte Mund. Bruder. Ich bin über die linke Seite. Stret in den Krasen. Ah, das war's. Noch eine. Die Granate wird ihm das Letzte geben, du. Feuer. Jawoll. Tschakka. Scheiße. Ist das an der Oberfläche immer so? Nur Nacht. Nur Nacht. Das erste Mal, dass ich seine Riesen gesehen habe. Der vorhin war nicht so groß. Sag ich doch. Schon seit dem ersten Teil. Na los, Bewegung! Hier ist es sicher. Ich komme. Hi. Endlich. Luft. Ich hatte dich im Visier, als du noch weit draußen warst. Er hätte dich auch fast erschossen. Das sollte dich leeren Funkrufe zu beantworten. Aber ich... Ich habe gespürt, dass du es bist. Ich hoffe, du verzeihst mir die Sache mit dem botanischen Garten. Darüber reden wir noch.